herzlich willkommen auf meinem kanal wir befinden uns wieder in der apokalypse das hat jetzt du passt und wir gehen weiter es geht sich heute nicht viel aus es wird ein kürzeres video nicht ganz eine stunde ein bisschen weniger und wir haben auch nur zeit für eine nebenmission beziehungsweise wir könnten auch eigentlich eine nebenmission machen schmeckt das shit out ja oder voll ich hoffe kommen jetzt gleich wieder in die basis nein ladebildschirm oh ja wir sind da ok ok ich habe gerade gelesen im ladebildschirm so uninteressant war das gar nicht weil da ist gestanden die violetten plasma chips kann man mit jedem anderen chip kombinieren also das heißt wir brauchen violette was ist mit dir was wohin mit euch gehe ich nicht mit du schaust nicht vertrauenswürdig aus schau dir dich an mit sonnebrille was hast zum verstecken wie schaust aus bist du so ein reptoid ja heute kann es wieder viel blödsinn in der luft die will mich sicher wieder dadurch verführen und so was scheiße ich hoffe das war nur einmalige geschichte schau dir auch warum verstecken die alle ihr gesicht da schaut er schaut er schaut er mit seinem schäferhund dem ist langweilig hey brudy dem ist langweilig mach was mit ihm kann ich den streicheln schau an einem ist nicht langweilig hat gerade nein gesagt wache die wache also jetzt gehe ich wieder warte einmal ich bin vorbeigegrennt wo bin ich gescheit flotter blödln bin ich vorbeigrennt tag und zack und wusch und gamer und ah falsche richtung da 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 äh das stimmt doch irgendetwas nicht wo ist das sprich mit baron ja die habe ich ja gerade gesucht die war da nicht die will nichts mit uns reden die versteckt sich die hat angst ich glaube die hat angst warte einmal vielleicht muss ich ja oh ok sprich mit baron schauen sie nach dem baby wo ist die komische ich schwere die geht mir auf die nerven ich sag's euch ich sag's euch wie sie ist die geht mir sowas von auf die nerven nervung schau mit wem redest du și și i forgot și 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 Ich bin schon wieder da. Tralali und tralala. Servus. Na eh klar, wir dürfen wieder den ganzen Scheiß erledigen. Wegtreten. Das haben wir schon mal gehört von dir, gell? Du komischer. Also sie schickt uns ganz offensichtlich in ein Selbstmordkommando. Macht gar nichts. Wir überleben das. Und dann hauen wir hier eine in die Zehn. So machen wir das. Sie ist sicher ein Terminator. Wenn sie sich nachher aufregt, sagen wir, wir haben glaubt, sie ist ein Terminator. So machen wir das. Ja, tschüss. Gehst mit. Yes, man. Last time I saw her, she was upstairs. Gegen die Zeit. Suche Jennifer is in Nebenmission, gell? Die muss ich erst auswählen. Suche Jennifer. Okay. La la la. Achso, da brauchen wir gar nicht dücken. Ah, Mann, ich komme raus aus dem Loch. Pervers. Wirklich. Also echt jetzt. Wir bleiben stehen. Ich kann nämlich keinen Ausgang sehen. Suche Jennifer. Jennifer. Wo bist du? Jennifer. Komm raus. Jennifer. Komm raus. Ich suche dich. Bist du in dieser Kasten? Nein, du bist nicht in dieser Kasten. Jennifer. Wo bist du? Ach, komm. Ach, komm. Ich bin hier geflogen. Super. Na, alter. Die Musik ist übrigens so geil gemacht für das Spiel, finde ich. Ich finde schon, ich finde schon, dass das gut gemacht ist. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht nochmal runterfliegen. Schau, da steht eine geile Knauhe. Hö, du. Kann ich nicht nehmen, war klar. Und, wo ist die jetzt? Wo versteckt sich die? Kann sich nicht die... Ah, da. So, da gehen wir jetzt wieder durch. Fliegen am besten nicht hinten runter. So wie vorher. Da, da. Hey, Jenny. Was seh ich heute? Wo versteckt sich die? Warum geht die so weit hinten? Na, endlich. Jennifer. Na. Ich bin gut. Ich bin sehr gespannt, um zu sein zu sein. Ein bisschen zu sehr gespannt. Ein paar Drones hat ihn gesehen. Aber ich habe es gemacht. Ich habe es geschafft, ihn zu retten. Nichts hat passiert. Und von diesem Punkt, er hat er понимiert, wie gefährlich ein Schwerger's Leben kann sein. Siehst du? Du machst eine großartige Schwerger-Team. Ja. Ich bin zu sehen, wie das so. Und wegen dem, ich dachte... About leaving? Danke. Danke, dass ich mich daran erinnern habe. Na, Alter. Weißt du was? Ich werde hier noch ein bisschen länger bleiben. Tell Patrick nicht zu worry. Ich werde bald wieder zurück. Ich werde das machen. Okay, gehen wir wieder zurück. Diesmal rutsche ich aber da runter. Huah! Nein, ich muss zuerst dem Burm sagen, dass er ihr alles passt. Wo ist denn der? Da. Ich habe sie gefunden. Sie ist okay. Sie wird bald zurück. Danke, Jacob. Und jetzt gehen wir wieder raus. Selbstmordkommando machen. Super geil. Hallo. Ja, ich bin. Ich bin. Okay, wir machen das. Wir machen das. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist die letzte Mission, oder was? Ich hoffe nicht, dass das die letzte Mission ist. Gehen wir pushen! Habe ich die special super geile Waffen an? So, die können wir auch aufrüsten. Stabilität. Ach Gott! Na! So! Äh... Also, ich habe schon wieder nicht geschaut, was ich brauche. Okay, so einen. Habe ich sowas? Eher nicht. Das heißt, ich nehme den raus, nehme den raus und tue den Stabilität am Anfang rein. So. So. Jetzt habe ich aber trotzdem so einen nicht genommen. Okay, den kann ich derweil nicht nehmen. Das heißt, wir nehmen Schaden, äh, Feuerrate und Ladestreifen. Passt. Na, wir wollen ab vom Wechseln. So. 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 wir hacken das da. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte, die verteilen wir vorher noch. Ähm, bereit. Okay. Und da nehmen wir noch Herstellen 4. Passt. Stay focused. Focusset. Not so viel heißt wie. Yeah, die Waffe ist geil. Metals ahead. Nice shot. Jawohl. Miese Spinner, blöde. Yeah, lauter lilane Plasma haben wir gekriegt. Passt. Brauchen wir auch, brauchen wir auch. Bust. Bust. Wow, das hat da ein paar Hänger, das Spiel. Da ist irgendwo was für mich zum holen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ah, da. Passt nicht mehr. Jawohl. Und, wo sind deine Kollegen? Die habe ich auch alle mehr hergemacht. Come on. More of them! Four incoming! Suppressing fire! Hanging. Up that hill! Another Infiltrator? No, he's with us. Look, the T-850. How did you know we were coming? I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Okay. 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 Thanks. Ah ihr müsst ihn heilen Gleich haben wir den zweiten T8 47 Meier gemacht Jawohl der zweite ist auch Meier Jaja ich bin schon da bin schon da ich komm schon Komm da Buschi komm da komm da komm da Blöder Sack ich mach dich Meier Das klappt gell Na komm 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 Ja ja schieß nur mit deiner blöden Kiste Wo ist er Wo ist er da ist er Ich schieß aufs Triebberg vielleicht nutzt das mehr Jawohl Scheiße den hab ich reingeschossen Komm 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 Jawohl den haben wir Meier gemacht Passt haben wir gut gemacht Da vorne haben wir dann noch einmal Munition Die nehmen uns natürlich auch mit Wo sind die ganzen zerstörten Terminatoren Ich will die ausräumen Ausbeuten Die haben sicher geile Sachen für mich Sind alle verschwunden Verdammt Okay Gehen wir weiter wir haben nicht viel Zeit Wir müssen weitermachen So wir haben es gleich geschafft sie sind gleich beim Zentralkorn Kern Da steht einer Oh das ist der Arnie Der Arnie will uns Meier machen verdammt Komm Arnie was ist Der hat die gleiche Waffe wie wir auch eine Special Edition Aber er hat keine Chance gegen uns weil wir sind die Supermänner Oh Oh Nachladeprobleme Macht nichts Da ist er Oh 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 Nicht fair Brudi Nicht fair Das kann ich aber auch Nein kann ich nicht Ich hab keine Munition Oh Oh Jawohl Schade er hat zu hart Ja man Die haben sich auf uns vorbereitet darum die ganze Gegenwehr Boah Ross Wir müssen gehen Diese Missiles sind nach der Richtung Warte Warte Wenn wir den Angriffen Das bedeutet Das ist das Das ist 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 Ja, ich bin echt da. Ich klebe dir an den Fersen. Nie im Leben sind das sieben Meter gewesen. Watch out! It's a monster! Achso, da ist Resident Evil, gell? Na der hat das sicher gewusst. Hier! Get up! Baron, ich habe die Koordinaten. Kannst du mich hören? Where the hell are you? Der hat sich geschlichen. Der hat mir jetzt gar nicht an den Deal ausgehandelt. Wettmer. Oh, ein Ladebildschirm hatten wir schon lange nicht mehr. So, passt! Das war unsere letzte Mission. Also, nein, war es nicht. Aber, äh, einen Fertigkeitspunkt haben wir auch gekriegt. Den hauen wir uns das nächste Mal rein. Hier ist jeder. Zuerst schauen wir noch da runter, da scheint niemand mehr zu sein. Schauen wir mal. Ah, vielleicht hat Skynet die alle... Oh! What the hell? Was zum Hank? 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 Beauty! Oh je. Oh je. Ryan is dead. Oh je. Ja Brudi, du hättest den Geländewagen reparieren sollen, dann wäre das nicht passiert. Echt jetzt? Warum steht der noch immer da? Der sollte schon längst draußen stehen. Stein. Stehen. Wegen dir haben die alle nicht abhauen können, weil der Geländewagen noch nicht fertig repariert war. Verdammt. Oh nein Brudis, was ist passiert? Was ist passiert? Oh Scheibe. Jetzt sieht sie ihren Mann. Im Jenseits sind sie wieder vereint. Ist das nicht schön? Hey Hundi! Hundi! Ist es der Buur? Nein, es nur ist Hundi. Ja, der Hundi hat es überlebt. Uff. Ja, die anderen schauen mir nicht so glücklich aus. Ah je. Ah je, Skynet hat sich ausgetobt. Ich schau mal weiter. Oh. Jennifer ist auch tot. Und der Buur ist auch tot. Alle tot. Alle tot. Niemand hat es überlebt. Der Schulbus war nicht fertig. Der Geländewagen war nicht fertig. Landewagen war nicht fertig. Baron ist sicher auch tot. weil man den neural netz dings vergessen haben und den gleiche abgestochen haben sonst scheiß die wandern alle tot wo ist die baron ist ja auch tot oder haben sich dadurch geschnetzelt da bist du wahnsinnig barmeider keine chance gehabt die da das sind die t8 50 durchgangen wie es ausschaut alle tot alle gestorben war es unsere schuld wir wissen es nicht die lebt noch was happened here an infiltrator got in brought lots of friends with him we didn't stand a chance since they didn't go offline i assume we did not destroy sky net central core either no no we didn't it was an ambush they moved it before we got there so this is it we lost we lost this goddamn war not yet what do you mean i got the central core's real coordinates you have i've got to learn not to doubt you anymore rivers we need to call connor he may still be able to stop sky net forget it i couldn't get him on the radio for hours you need to find him you need to give him those coordinates first let's get you out of here no you don't have time for this you have to leave me here i can't you're not going to disobey my final order are you before you leave i've got a confession to make there's a reason i wasn't so keen on you from the beginning remember that list of people sky net marked for termination i lied i told you that you were number three the truth is you're number two just behind connor you took my spot and for the life of me i couldn't understand why but now i know they're coming you need to leave now oh fuck the one done but it's in the no t8 20er the man we're not schnell meyer oh yeah we're gonna do it all meyer machen yeah fuck you halt the fress i still have a couple magazines full of arguments now go good luck jacob get you stellen wir uns denen blöden pennern kommt her jetzt geht's runter blöden secke und da haben wir schon den ersten sind eh noch t800er da haben wir nix drauf wieso sind die jetzt alle hin ich hab die ja gar nicht äh ah je das spiel hat irgendeinen hänger ah jetzt nimmer ah ja blöder socken blöder kennst du den kalten die blöde munition den nehm ich also joh naja f professors ich bin du tsch du tsch oder die blöde munition um seck komm um seck trau Dich komm ich schwere ich mach dich so kalt blöder arsch ist noch einer von deiner freunde dabei kann ich den auch kalt machen was glaubst du eigentlich damit flammenwerfer um rennen als wo ist er wo ist er ich höre ich höre ihm ganz genau den blöden penner slap the shit out ja du blöder sack er ist noch nicht er hat noch nicht genug jetzt hat er genug ein 850er wo knapp sie alleine kommen warte sind heftig die 850er sind heftig die anis ja das ist ein labyrinth aber ich weiß wo ich hin muss zum glück haben wir die karte dann ach scheiße ich wollte gar nicht so lang machen so da bleiben wir jetzt wir machen das nächste mal da weiter es tut mir leid dass ich euch jetzt die spannung so vermiesen muss reise an die front ok vielleicht vielleicht können wir es ja noch bis dorthin schaffen ja voll wir sind schon da wir verlassen das gebiet das ist was trying to protect me. He came from the future to save my life and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Corps' true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. Gut. Das machen wir aber erst das nächste Mal. Wir müssen uns auf die Suche nachhalten. Halt doch, immer wieder dasselbe. Kommt, hoffentlich antwortet niemand. So, Gott sei Dank. So. Da machen wir erst das nächste Mal. Wir müssen ihn John Connor finden. Das klingt ja recht spannend. Die Schlacht war super. Hat mir gefallen. Viel Action. Ja, das war's für heute. Mit Terminator. Alles Liebe. Alles Schöne. Euer Peacemaker. Ich bin clock welche. Ich bin genau. Ich bin clock welche.